Ich bin's wieder, dein Ferhat, und heute mit einem besonderen Gast dabei, Josef. Schön, dass du wieder da bist. Und wie gesagt, heute das Thema Abhärtung. Und ich gehe noch mal darauf ein, was ich gesagt habe vorhin. Es ist nämlich wichtig zu wissen, meistens ist das so, du bist im Kampf und kannst es plötzlich nicht abrufen. Und wichtig ist jetzt zu wissen, was kannst du dagegen tun. Und ein Grund dafür könnte sein, dass du nicht abgehärtet genug bist. Und wir beide wissen auch, worüber wir sprechen, du weißt es auch sicherlich im Kampf, du gehst rein und plötzlich auf einmal hast du wie ein Blackout, kannst du nicht mehr die Dinge abrufen. Und das könnte halt wirklich die Abhärtung sein. Bevor wir jetzt anfangen, ist es ganz wichtig, dass du weißt, es geht hier nur darum, das zu lernen. Also wir hauen jetzt, die erste Regel ist, wir hauen uns nicht kaputt. Das ist das Wichtigste. Okay? Wir verursachen keine Verletzungen. Es geht nur darum, dass du lernst, dieses Gefühl zu kriegen, abgehärtet zu werden. Und wie das ist, einen Schlag zu kassieren. Und die erste Übung ist, dass wir uns jetzt hier auf den Körperbereich hauen. Und zwar haut Youssef mich jetzt zehnmal mit geraden Händen auf meinen Körper. Fangen an. Eins. Das waren jetzt zehn gerade Hände. Als nächstes haut er mir zehn Körperhaken. Psch. 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 Psch.кий. Psch. 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 Sehr gut. Jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt mache ich das Gleiche mit ihm. Also ich schaue. So, eins, zwei, drei, vier. Und jetzt machen wir die Körperraten. Eins, zwei, drei. Somit hast du jetzt gelernt, das Gefühl gelernt, wie es ist, wenn man auf den Körper getroffen wird. Und wie gesagt, mach das erstmal langsam und du steigerst dich dann immer. Nächste Übung ist dann, dass wir die Arme abhärten. Wie machen wir das? Wenn wir jetzt im Kampf in Doppeldeckung stehen, ist es ja so, dass der Gegner uns zum Körper treffen kann. Er kann uns aber auch irgendwie auch mal auf den Oberarm treffen. Und da härten wir das jetzt auch ab, wie das Gefühl ist. Und jetzt stehst du zehnmal mit, also zehnmal einem unten, einem oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Andersrum. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut. Jetzt bin ich wieder dran. Also zum Ellenbogen, dann zur Schulter. Drei, vier. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben gelernt, mit dem Unterarm Schläge abzuwehren und aber auch mit der Schulter, wie das ist, wenn man da drauf einen Schlag abbekommt. Kommen wir zur dritten Übung. Und das ist jetzt, wir blocken den Kopfhaken. Und zwar mit unserer Hand. Das ist dann, wenn ich jetzt hier stehe und ich sehe, da kommt jetzt ein Haken von da, block ich ihn hier ab. Wichtig ist, dass die Hand wirklich an deinem Kopf dran ist. Guck dir nochmal sonst das Video an, ich verlinke dir das, zur Doppeldeckung an, was man da alles beachten muss. Also zehnmal wieder schlägst du einmal rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann wechseln wir die Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das war jetzt die dritte Übung, dass wir lernen zu blocken, wie das ist. Wie gesagt, bei dieser Übung hau da nicht voll rauf. Es geht nicht darum, dass du das merkst in deinem Kopf, sondern es geht nur darum, dieses Gefühl zu kriegen, wie es ist, da drauf einen Schlag abzubekommen. Wir kommen zur nächsten und letzten Übung und das ist auch oftmals ein Problem von vielen. Die machen nämlich die Augen zu, wenn sie im Kampf sind oder im Sparring. Oder ist das nicht so, Josef? Auf jeden Fall. Und es ist jetzt wichtig, dass wir die Augen lernen, offen zu halten, auch wenn der Schlag kommt, zum Beispiel. Ich halte einfach meine Doppeldeckung hier und lasse die Stirn komplett frei, damit Josef mir einfach nur auf die Stirn anklopfen kann. Also du klopfst mir jetzt einfach nur auf die Stirn und ich lasse die Augen offen und gucke ihn die ganze Zeit an. Okay? Das ist die Übung. Also ich stehe hier und er klopft mir einfach auf die Stirn. Ganz genau. Ganz genau. Ich schaue sich die Augen offen. Du kannst ruhig mal schneller machen. Genau. Wir sind auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Das waren die vier Übungen, die euch helfen, euch abzuhärten. Und probiert es mal aus. Und wie gesagt, steigert euch langsam rein. Fangt nicht gleich an, komplett da rein zu hauen, sondern langsam, langsam. Gebt dem Körper Zeit, dass er sich auch anpasst. Also die ganzen Knochen, die Muskulatur und so weiter. Und dann könnt ihr ein bisschen beim nächsten Mal härter hauen. Und wichtig ist auch zu beachten, dass ihr das nicht jeden Tag macht hintereinander. Hang da runter. Das war's für heute.